Was grün soweit ich weiß oder nicht? Also die Spore ist schon mal tot, na? Und hier? Hast du die umgebracht? Kann ja nur du sein, Paddel. Warum kann das nur ich sein? Oh! Oh Gott, ey, ich hatte doch so den Strahl gesehen. Hä, was? Ja, warum sollte ich denn aufmachen, wenn ich da noch nicht mal reingehen will? Weil ich nicht wusste, was die Tür ist bei mir oben. Ach, ich lass mich hier nicht vorbei. Das ist mein Platz. Geh weg. Hallo. Oh, mein, kann ich dir auch wieder zumachen? Das ist gut, ich bleib hier. Wer mir auch immer zu nahe kommt, ist tot. Oh, ein Gastrater. Ja, bin ich. Oh, jetzt müsste es eigentlich die Sarah sein. Laut der Berechnung. Laut welcher Berechnung? Laut der Berechnung? Nee, rechnen halt. Kann es Johnny sein eigentlich. Hallo. Hallo. Ich wollte mich sicher fühlen bei dir, aber. Bei mir? Ja, warum nicht? Aber du bist jetzt nicht auf dich. Die Anker hat geschossen. Oder Johnny hat geschossen. Nee. Das war Bianca vom Grünen. Ich habe Angst, Johnny, dass ich nicht hier drüge. Ja, aber. Wir brauchen erstmal eine Waffe, so. Kann ich mich zumindest verteidigen. Oh, Radio. Hier ist ein Grafit. Von wo hat sie denn geschossen? Wo ist nicht? Hat er nicht mal geschossen. Aber jetzt soll ich gerade Schüsse? Aus grün soweit, ich weiß, oder nicht? Also, die Spore ist schon mal tot. Und hier? Hast du die umgebracht? Kann ja nur du sein, Baddell. Warum kann das nur ich sein? Oh. Oh. Oh Gott, ey. Ich hatte auch so den Strahl gesehen. Hä, was? Alter, das war ein gutes Büchenspiel. Ja, ja. War eine schöne, schöne Vorzeigegunde. Ja, aber Bianca hat ja wirklich auf dich geschossen. Aber ich habe so daneben geschossen. Dann wunderst du dich, warum man dich einfach beschuldigt, weißt du? Ja, wenn ich Treader bin, mache ich nicht mal was und ich werde immer gleich beschuldigt. Ja, klar. Kann da ist eine Tonne. Oh, das kann ich nicht. Ich beleidige es nicht, wie das sollte gar nicht sein. Auch in real. Ja, Damage, real ist. Ah. Over 9000. Nee, da stand gerade, dass sein Damage produziert wurde. Ja, du darfst nicht so viele... Äh, äh, gleichgesinnter angeschießen. Ja, aber warum denn nicht? Das macht das Spaß. Ja. Dann solltest du ein anderes Spiel spielen. Ja, möglich. Ähm. Still, Animo! Animo! Hm. Bin, Inno! Inno, Inno. Ich will ja auf! Hm. Was tust du da? Was tust du da? Ich gucke, was du tust! Ich habe hier so ein pinken Haar aus, ich gehe weg! Bianca, die tut... Ich bin hier, wo ich bin. Irgendwer hat irgendwen weggemacht. Hä? Johnny, warte, ich habe zu sehen. Aua, Johnny schießt auf mich. Oh, Sarah. Wow! Oh, Sarah, danke für dich. Ich war's. Hä? Hä? Der Profi muss halt mal am Werk gehen. Ja, eigentlich dachte ich, ich hätte einen Partner oder nicht, aber als erstes. Aber dann war's doch irgendwo anders. Das funktioniert immer noch nicht. Oh, was will ich? Scheiß, Passwort falsch. Ich weiß, scheiß. Buck schlecht. S-P-U-C-K, schlecht. Großes S, wohlgemehr. Großes S. Oh, Entschuldigung. Ich weiß nicht, was mir gerade aufstößt. Hm. Was mir gerade aufstößt. Ähm. Ja. Tür Radio. So, ich bin da kein Träder. Das soll ich dir jetzt glauben? Hm, ja. Also, was ich schon tut. Ich sehe dich doch nicht mal. Ich sehe dich auch nicht. Uff. Ha, Saha, hinter dir. Hinter dir. Nein. Wah. Guck mal, warum macht ihr das immer mit mir? Das ist wirklich gruselig. Hallo, Bianca. Okay, ähm. Fenni, hast du gesehen, wer es ist? Wie? Bianca da, die läuft bei schwarz rum. Was hat sie jetzt? Ich habe gesehen, wie die Panna erschossen hat. Bianca, lieber, kannst du dich nicht rausziehen? Ah, warum? Kackgranate. Unten brennt's. Bianca, guck mal nach. Eis ab. Geht doch nicht dahin, wo du bist. Mach mich weg. Du bist Traitor. Bianca, das hat wirklich keinen Sinn mehr, wenn ich dich dabei erwischen habe. Irgendjemand hat sich gerade was gebrochen. F***. Ja. Ich weiß schon, ja. Panna, habe ich dich wenigstens erwischt mit einem Schultz? Ja, ja. Sieht voll traurig aus, wie ich... Es gibt keine, wo du liest, Paddle. Als wäre ich da einfach nur runtergeflogen und gestorben. Vielleicht ist es ja auch so passiert, ne? Ich habe den grausamen Mord beobachtet, Jan. Es tut mir leid, aber... Das ist meine Chance. Das ist ja eigentlich Paddle, der muss zuerst sterben. Jo. Paddle und Johnny müssen eigentlich immer zuerst sterben, wenn man schweckt ist. Ja, stimmt. Eigentlich doch Paddle. Er ist ja eigentlich nur, weil er halbwegs gut zielen kann. Von hier zielen kann. Ja, halbwegs. Nicht so gut wie du. Ja. Aber Johnny mit Pfeil und Bogen ist grausam. Früher bei Rust. Der war, weil das Spaß gemacht hat. Jetzt nicht nur noch was. Das ist nicht mehr ganz so. Was denn, Sarah? Ach, Johnny! Hä, was denn? Ach, Johnny! Ich wollte das hier haben. Hä, was? Wehe, einer von euch schießt jetzt auf mich. Warum schießt ihr denn jetzt auf mich? Hä? Bianca? Schieß halt jemand und du weißt nicht, wo es er ist. Sarah? Oh, was schlägst du dich hinter mir an? Versuche ich beide im Blick zu behalten. Ist nicht so easy. Neee. Neee. Oh Gott, Paddle. Da, da, da. Sarah ist besser. Bam. Gar nicht. Als Detective kannst du auch eine Spider-Man-Gun einstellen. Okay. Klingt so wie geil. Wir haben ja nie einen Detective. Hi. Da wollen wir zu wenig sind. Jalalalalalalala. Alles klar. Ich würde das jetzt sofort machen. Ich spring dann einfach hier rauf. Ich spring dann einfach das nächste Mal runter. Sonst. Ich muss das. Aus dem anderen Haus rüberkommen. Menschen, das hören, spring einfach runter. Instant. Wird so fett. Die Finger, die sie zum wählen, weil sie ruf sind. Du du du. Du du. Was denn? Sarah? Wie lange machen wir das jetzt bis zur letzten Sekunde? Dann aussitzt sich der Verräter und... Ja. Und er springt einfach. Ja ja. Ja. Der Vertreter könnte jetzt auch springen, optimal. Ui, ich bin gesprungen. Oh, das war knapp. Sarah, wenn da so ne Kante kommt, dann wird wieder um. Guck mal wie Bianca da drüben auf uns zielt. Die hat die Tür zugemacht, Sarah, in dem schwarzen Haus. Aber geschossen hat sie ihn ja nicht. Also es kann doch immer noch einer von euch Boys sein. Ja. Guter Tour. Du warst sie nämlich noch gar nicht, Sari. Ich mag diese Map nicht, weil ich hier nie Traitor bin, gefühlt. Ja. Ne? Deine Lust neusch... Kommt nicht durch die Tür rein, geht die Leiter runter und springt und läuft zu blau. Läuft zu blau. Ey. 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 Ist einer gestorben hier nicht? Ja. Hinter meinem Rücken metzeln sie sich ab und ich fiel so laut. Lalalala. Johnny, warum ziehst du denn immer noch auf uns? Wir machen doch gar nichts. Ja, deshalb. Wir warten doch jetzt nur darauf, dass Bianca irgendwas hier hinschießt, oder nicht? Oder du, ne? Ihr beide. Oh. Oh. Seid. Hm. Die geht da die Treppen hoch. Die ist da hinten in der Mitte bei blau. Ah.